Wenn eine Krise droht, gibt es im Geschäftsleben zwei Sorten von Menschen. Diejenigen, die behaupten, sie würden sich niemals kampflos geschlagen geben und diejenigen, die die Möglichkeit eines Scheiterns von vornherein ausschließen. Ich gehörte eindeutig zur zweiten Kategorie. Ich hatte mir meinen Ruf auf andere Art erarbeitet als viele Geschäftsleute in der City, dem Banken- und Finanzviertel von London. Anstatt mich auf familiäre Verbindungen zu verlassen oder bei einem Drink alte Freunde vom Internat zu beeindrucken, konzentrierte ich mich auf Zahlen. Ich bedachte jedes Detail und traf clevere Entscheidungen. Es gefiel mir, Geld zu verdienen. Viel Geld. Und ich dachte nicht daran, diese Tatsache in die Welt hinauszuposaunen. Im Lauf der vergangenen zehn Jahre hatte ich Wolf Enterprises von einem Start-up-Unternehmen in einer besseren Abstellkammer am Stadtrand von London zu einer der größten Firmengruppen Europas gemacht. Ich war für zehntausende Jobs und eine milliardenschwere Bilanz verantwortlich. Ein Jahrzehnt lang hatte ein Erfolg den anderen gejagt, aber in den zurückliegenden zwölf Monaten hatte sich etwas verändert. Ich war bei wichtigen Verkäufen leer ausgegangen, bei Vertragsabschlüssen, unterboten und bei manchen Angeboten von vornherein übergangen worden. Mein Imperium schwankte. Ich würde nicht zulassen, dass es zusammenbrach. Ich musste lediglich meine Investoren bei einem Lunch davon überzeugen, dass ich das Steuer wieder herumreißen konnte. Als ich den Eingang des Restaurants erreicht hatte, entdeckte ich Stephen und Gordon am anderen Ende des Raums. Ich blickte auf die Uhr. Ich war auf die Minute pünktlich. Was bedeutete, dass die beiden zu früh gekommen waren. Ein schlechtes Zeichen, denn normalerweise ließen sie die Leute gerne warten. Sie meinten es ernst. Aber das tat ich auch. Die Kellnerin führte mich zu dem Tisch hinten im Lokal und ich nahm den beiden gegenüber Platz. Diese Typen überließen nichts dem Zufall. Ein Mittagessen in der Öffentlichkeit anstatt eines privaten Treffens. Zu früh kommen. Sofort Platz nehmen, um den Eindruck zu erwecken, dass zwei gegen einen gespielt wurde. All das war sorgfältig inszeniert, sollte eine Botschaft übermitteln, bevor überhaupt ein Wort gesprochen wurde. Gordon, Stephen freut mich, Sie zu sehen, sagte ich und begrüßte zuerst Gordon, den Älteren der beiden. Ich kannte die Hackordnung. Im Geschäftsleben spielen die kleinen Dinge oftmals die größte Rolle. Ich lebe die Aussicht hier, sagte Gordon und eröffnete das Gespräch mit einer zwanglosen und doch leicht respektlos wirkenden Bemerkung, denn er hatte sich nicht einmal die Mühe gemacht, mich zu begrüßen. Ich blickte aus dem Fenster. Diese Quadratmeile im Osten Londons, allgemein als die City bekannt, war eines der ältesten Viertel der Hauptstadt und in ihm ballten sich die größten Banken, Versicherer und Investmenthäuser des Landes. Die City galt als der finanzielle Dreh- und Angelpunkt Europas. Dort waren die Anzüge totschick, der Verstand messerscharf. In diesen Straßen regierte das Geld und in den Augen dieser beiden Männer hatte ich zu wenig davon verdient. Das wollten sie mir klar machen, als wäre das nötig. Von hier oben haben sie all ihre Investitionen im Blick, sagte ich und deutete mit dem Kinn auf die Aussicht. Gordon lächelte, musterte mich dabei jedoch durchdringend. In der Tat, sagte er. Sie glaubten, sie könnten mich aus dem Hinterhalt überfallen. Aber ich war hervorragend vorbereitet. Es wird Zeit, dass ich sie bei einigen Dingen auf den neuesten Stand bringe. Es heißt, sie haben den Lombard-Deal verloren, sagte Stephen. Nun war es soweit. Keine Nettigkeiten mehr. Die Schwerter waren gezogen. Es wäre sinnlos gewesen, Stephen zu fragen, woher er das wusste. Ich hatte die beiden unter anderem deshalb als Investoren ausgewählt, weil sie zu den bestvernetzten Leuten in der City gehörten. Ich lehnte mich auf dem Stuhl zurück und sagte, gestern Nacht habe ich erfahren, dass wir überboten wurden und ein anderer Käufer den Zuschlag erhalten hat. Schweigend warteten Stephen und Gordon darauf, dass ich die Lücken füllte. Wissen Sie, wer sie überboten hat? fragte Stephen schließlich. Ja, Cannon. Meine Miene blieb ausdruckslos, obwohl meine Hände vor Frustration zuckten. Am liebsten hätte ich die Fäuste geballt und auf etwas eingeschlagen, heftig, immer wieder. Verdammter James Cannon. Die letzten vier Unternehmen, die ich hatte übernehmen wollen, hatte ich an ihn verloren. Das ist die vierte Übernahme nacheinander, bei der sie gescheitert sind. sagte Stephen. Wir finden, Sie haben ganz schön nachgelassen. Der Vorwurf war berechtigt. Ich hatte als Geschäftsmann Karriere gemacht, indem ich kleine, zu niedrig bewertete Unternehmen entdeckt, aufgekauft und ihren Wert innerhalb von drei bis fünf Jahren verdreifacht hatte, um sie dann weiter zu verkaufen. Und das tat ich noch immer, allerdings überbot mich Cannon inzwischen bei jeder Firma, die ich ins Visier genommen hatte. Haben Sie sich bei denen Feinde gemacht? fragte Stephen. Es scheint ja etwas Persönliches zu sein. Nein, an Verschwörungstheorien glaube ich nicht, entgegnete ich. Wenn man ganz oben ist, dient man automatisch als Zielscheibe. Scheinbar gleichgültig zuckte ich mit den Schultern, obwohl ich wusste, dass es im Fall von Cannon tatsächlich um etwas Persönliches ging. Wie dem auch sei, Sie müssen herausfinden, was vor sich geht. Wir haben in sie investiert, weil sie bislang ein gutes Geschäft nicht nur erkennen, sondern es auch unter Dach und Fach bringen konnten, erklärte Stephen. Für mich ist das genauso frustrierend wie für Sie, antwortete ich und vermied es, den Federhandschuh aufzunehmen. Frustrierend? Diese Geschichte ist nicht frustrierend, sondern es geht ganz konkret um geplatzte Deals, fuhr Stephen fort. Verlierer zu unterstützen, fällt nicht in unseren Zuständigkeitsbereich. Und meiner erstreckt sich nicht aufs Verlieren. Darum habe ich mich um größere und bessere Deals gekümmert. Gordon räusperte sich. Er war absolut oldschool, von den gestickten Monogrammen auf den Hemdmanschetten bis zu dem Anwesen auf dem Land, das seiner Familie seit fünf Generationen gehörte. Er erhob nie die Stimme und ließ sich in der Öffentlichkeit niemals auf eine Auseinandersetzung ein. Er war derjenige, der hier das Sagen hatte. »Wir möchten gerne wissen, wie wir Ihnen helfen können,« erklärte Gordon. »Wir glauben, dass Sie in Ihrem Job hervorragend sind, und wir wollen Sie gern wieder ganz oben sehen.« Obwohl Gordon mitfühlend und freundlich klang, überbrachte er mir dieselbe Botschaft wie zuvor schon Stephen, nur tat er es auf völlig andere Art und Weise. Unsere Beziehung stand auf Messers Schneide. Wenn Stephen und Gordon jetzt gingen, wäre das eine klare Botschaft an die City. Hayden Wolfe war ein lebender Tote. Meine Tage als erfolgreicher Geschäftsmann wären gezählt, und das Unternehmen, das ich meinem Vater zu Ehren aufgebaut hatte, würde zerfallen. Ich versuchte, ruhig zu wirken, obwohl das Adrenalin durch meine Adern rauschte. Ich bin Geschäftsmann, aber ich kaufe nicht einfach, um zu kaufen. Canon mag im Augenblick für Schlagzeilen sorgen, aber sie geben zu viel Geld für Übernahmen aus. Wenn Ihre Strategie darin bestand, mich zu schlagen, dann funktionierte das zwar, aber es geschah auf Kosten Ihres eigenen Unternehmens. Um mich fertig zu machen, zahlten Sie zu viel für Firmen, die zu wenig wert waren. Gordon nickte. Ich mache mir keine Sorgen um Cannons Profit oder Geschäftsgebaren. Ich mache mir Sorgen um Sie. Wolf Enterprises ist nach wie vor auf Kurs, sagte ich, um keine Schwäche zu zeigen. Und meine nächste Übernahme wird Sie die vergangenen zwölf Monate vergessen lassen. Stille senkte sich über unseren Tisch, als die Kellnerin mit Drinks für Gordon und Steven auftauchte und wieder verschwand. Um das letzte Jahr auszugleichen, brauchen Sie einen größeren Deal als je zuvor, stellte Steven fest. Das stimmt, bestätigte ich. Und wir sollen Ihnen glauben, dass Sie nach einem Jahr größter Verluste alles mit einem einzigen Abschluss umdrehen können? Mit einem Deal, der jeden übertrifft, den Sie je zuvor getätigt haben? Er wird nicht nur einen vorherigen Erfolg übertreffen, korrigierte ich Steven, sah dabei aber Gordon in die Augen. sondern alle zusammen. Steven lachte mich unverblümt aus, Gordon jedoch verstummte und betrachtete mich mit demselben Blick, wie an dem Tag, an dem er beschlossen hatte, in einen unbekannten jungen Burschen ohne Referenzen zu investieren, der nichts zu verlieren hatte. Sie glauben also, dass Sie sich mit Phoenix ... ... ... ... ... ... ...